Ja, moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück. Heute ist ein Tag später von Part 3, wir machen jetzt Part 4. Und wir haben natürlich auch wieder Cedric im Teamspeak, der uns ein bisschen wieder über die Lore erzählen wird oder über die Charaktere. Moin moin Cedric. Moin moin, ich werde natürlich diesmal mein Bestes versuchen. Ich habe jetzt den ersten Part geschaut und weiß jetzt auch ungefähr worum es geht. Genau, der erste Part, der ist natürlich schon selbstverständlich auf YouTube, falls ihr den verpasst habt. Guckt ihn euch an, lasst ihn durchlaufen, kommentieren, was auch immer, würde mich sehr freuen. Ja, und wir machen jetzt weiter mit Kartografen suchen, ne? Ja. Ja. Wir fangen einfach mal an. Ach so, okay, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Das hatten wir doch gestern alles schon. Ja, da hast du, glaube ich, auch gehört. Dann hat das Safe-Game wahrscheinlich... Ja, da hat das Safe-Game dann nicht so gut gelegt. Genau. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt einfach hier wieder in den Kartografen rein. Du fangst ja erstmal auf die Nebenmissionen, das ist ja... Ja. Ich bin unterwegs. Ich fange auf den Weg. So. Gute Arbeit, Leute. Der Weg zum Kartografen ist frei und wir haben die Wraith-Produktion der Verbanden erheblich gestört. So ein Sieg fühlt sich gut an. Es ist noch zu früh zum Feiern, Jerome. Finden wir erst einmal heraus, was Atriox mit dem Kartografen vorhat. Ihr habt mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Das hatten wir natürlich alle schon. Lock Anfang. Senior Chief Petty Officer Alice 130. Ich habe es aus dem Außenposten rausgeschafft und einen feindlichen Konvoi zu einer ihrer Basen verfolgt. Sie halten dort einige unserer Soldaten gefangen. Ich werde sie nicht zurücklassen. Ich habe noch einen verlassenen Forschungsposten entdeckt und sollte so eine verschlüsselte Nachricht an den Käpt'n senden können. Ich glaube nicht, dass Sie auf Ärger gefasst sind. Zeit, Ihnen welchen zu machen. Lock Ende. Befreien Sie mit Alice 130 die UNSC-Gefangenen tief hinter der feindlichen Linien. Okay. Auch einzelne Spartans besitzen ungeheure Kampfkraft. Gut. Dann wollen wir die Mission mal starten. Mal gucken, was uns erwartet. Oh, was trägt der denn da? Ach, freu mich schon. Ich sehe es noch nicht. Kann gut angehen. Du kannst ja seit Halo 2 oder 3. Kannst du ja die Geschütze auch abreißen und mitnehmen. Ja, das sieht sehr nach einem Geschütz Minigern aus. Verstanden. Bereit ein paar Fließlinge in den Boden zu stampfen. Warum macht der Pänner das denn nicht? So, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. War das nicht der, der runter springen konnte? Ich weiß es nicht. Äh, es sieht danach aus mit der Air-Taktik, also mit der Air-Fähigkeit. War es wahrscheinlich, wenn der Gatling-Gun in der Hand hat, oder? Ja, sieht schon sehr cool aus. Kann sein. Kann sein. Oh, die Kavallerie ist da. Oh, das hat wehgetan. Ich hole euch da raus. Sekunde. Wolke auf. Bin unterwegs. Waffen bereit machen. Wir holen alle raus. Das wird ein Spaß. Sie sind ein erfreulicher Anblicksporten. Ich dachte, wir würden sie nie wiedersehen. Wir haben nur einen Versuch für die Extraktion. Holen wir erst alle her, bevor wir das Taxi rufen. Bleib dicht bei mir und wir werden es schaffen. Ja, Cedric, bevor wir den Stream gestartet hatten, hattest du ja erzählt, dass dieser Planet, wo wir uns jetzt drauf befinden, wo Andriox sein Unwesen treibt, der Ursprungsplanet ist. Der Halo-Ringe, ne? Richtig. Man befindet sich hier auf der Arche. Auf diesem wurden die ursprünglichen Original zwölf Halo-Ringe auch erbaut. Man konnte sie von dort auch aktivieren. Und, äh, ja. Wofür war das halt damit? Wofür waren die Halo-Ringe denn? Was war denn der Ursprungssinn? Es gab eine Rasse, die nannte sich Flood. Die hat man ja in Teil 1 und 2 bekämpft. Und in Teil 3 hat man sie vernichtet. Und diese Flood waren halt ein parasitäres Lebewesen-Volk. Die haben halt einen kollektiven Verstand gehabt und waren halt über die ganze Dimension verbreitet. Und sie haben sich vermehrt, indem sie von Leben, was fühlen kann, also nicht Pflanzen, sondern halt fühlende Organismen, wie Tiere, Menschen, und die entsprechenden Aliens, äh, haben die halt bewirtet und übernommen. Okay, und das ist der Hauptgrund, weswegen es die Halo-Ringe gibt, oder? Genau. Die Halo-Ringe waren dafür gedacht, ähm, durch die komplette Galaxis einen Energieimpuls zu senden, der alles fühlende Leben vernichtet und dadurch praktisch dem Flood die Nahrungsmittel nimmt. Okay. Und, äh, wann in der Geschichte wurden die Flood dann besiegt oder wurden die noch gar nicht besiegt? Die Flood wurden zum Zeitpunkt, wo Halo 3 spielt, besiegt. Das ist, äh, zum Ende des Krieges hin. Das heißt, da ungefähr, ich schätze mal so vor 20 Jahren oder 10 Jahren. Ich kann das so genau nicht einschätzen. Und das spielt hier 28 Jahre nach dem Krieg, richtig? Nee, das spielt 28 Jahre, nachdem sie auf Missionen gegangen sind. Während dieser 28 Jahre, es hat irgendwann halt der Krieg mit der Allianz geendet, dadurch, dass die, äh, Blut, dann die Propheten, hießen sie, auch alle besiegt wurden. Gleichzeitig mit denen Flatt. Okay. Rücke auf. Achtung, wir haben den Bären geweckt. Oh, den Bären? Komm weg, komm weg! Oh, nein. Und, naja, ähm, das erklärt auch, wie hat die DDR gesagt, ich wundere mich, warum die Spartans dabei haben, weil davon gab es ja nicht allzu viele. Also, sie hatten wohl ein Missionstil, wofür sie Spartans brauchten. Oder dabei hatten halt. Und, äh, dadurch, dass sie halt 28 Jahre im Kryoschlaf waren und die Spartans halt, äh, da halt auf dem Schiff waren, galt das Schiff auch nicht als, ähm, als getötet, sondern als verschollt. Weil in der Lore heißt es, Spartans sterben nicht. Okay. Spartans sterben nicht? Nein, sie gehen nur auf Missionen verschollen. Achso. Es ist ja, ähm, der, der Antagonisten in diesem Spiel, Atriox. Ja. Der hatte, genau, der hatte ja zu den Spartan, denen er in der ersten, in der ersten, äh, Zwischensequenz die Schulter gebrochen hat. Den hat er ja klein, äh, äh, Remon genannt und hat gesagt, lauf kleine Dämonen. Dämonen waren, äh, das Grotwort von der Allianz für Spartans. Sie haben gedacht, das sind keine Menschen, das müssen Dämonen sein. So stark wie sie sind, so viel wie die aushalten. Okay, krass. Weil die Allianz war ja eigentlich eine Religion. Eine Religion? Ja, die Allianz war eine Religion. Okay. Das heißt, kannst du das genauer erläutern? Die Allianz, äh, bestand hauptsächlich, also die Führungskräfte waren die Propheten. Das waren so kleine, E.T. ähnliche Agents, die auf Stühlen durch die Gegend geflogen sind. Und die haben praktisch den Leuten gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und die Blutsväter waren deren Götter. Und ihr Ziel war es auch, die Halo-Ringe zu aktivieren, um auf eine große Reise zu gehen. Und darunter hin haben sie halt, äh, alle Völker, die sie so gefunden haben im All, unter dieser Religion versucht zu ein. Da werden ja einmal die Celoten, die Eliten, ähm, die Grunts, die Brutes, die Techniker, äh, und noch einige andere. Die, die, äh, Schakale zum Beispiel. Die wurden alle unter dieser Religion geeint und hatten alle dieses Ziel, komm, wir müssen jetzt die Halo-Ringe aktivieren, um auf diese große Reise zu gehen. Okay. Und ja, äh, die Kollegen von Anchorx, die haben sich halt, äh, dem widersetzt, ne? Genau. Und daraus ist dann halt die Anchorx, äh, Garde geworden oder was auch immer. Ja, bei den Bluts war das ja sowieso so eine Sache. Die haben da nie wirklich dran geglaubt. Aber die, äh, Allianz war halt mächtig. Und die wollten sich da halt mehr oder weniger hocharbeiten. So war das ja auch von Halo 2. Da haben sie die Eliten ja abgelöst. Nachdem die Eliten sich dann halt eher dem, ähm, Gebieter angeschlossen hatten. Mhm. Und dann gegen die Allianz vorgegangen ist. Was man hier sehr schön sieht, die Map ist nicht einfach nur zu Ende, sondern, äh, das ist in Command & Conquer ja so, dass sie dann hier so schwarz wäre, ne? Äh, Map ist zu Ende. Und hier geht die Map quasi weiter, aber sie ist gesperrt. Das finde ich auch eine ganz coole Lösung. Ja, vor allem ist das dann auch eine ganz andere Art, äh, ganz andere Art von Level-Design. Und man hat das Gefühl, dass man sich mit optionalen Sachen vielleicht noch einen Teil der Map wieder erschließen kann. Ja, genau. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Äh, während wir hier jetzt, äh, einen kleinen Wanderweg laufen, wollen wir natürlich gleich hier den letzten Reaktor kaputt hauen. Oh, was ist das denn? Nahkämpfer? Okay. Ich würde sagen, das sind Brutes mit Hammer. Ja. Sind auch die sogenannten Hammer-Brüder. Ich glaube, im zweiten kam das auch schon vor, oder im dritten, ne? Da gab's auch einen Boss. Im zweiten war der Boss. Im dritten gab es ja keine Eliten mehr gegen die Manke kämpft, hat man einfach ja mit den Eliten zusammengekämpft gegen die Brutes. Okay. So, jetzt hat sich die Map natürlich vergrößert, wie man sieht. So, der Teil, den wir jetzt gerade im Laufen haben, der ist jetzt freigeschaltet. Ja, mir gefällt sogar die Art des Level-Designs. Ja, mir gefällt das auch sehr. Ich versuche mal eben, die Musik ein bisschen wieder herunterzudrehen. Eben kommt mir die sehr, sehr laut vor. Ich weiß nicht, was der Chat dazu sagt. Jenny sagte eben gerade schon, dass ich relativ leise im Gegensatz zu dem Geballer bin. Okay. Das habe ich nicht gelesen. Ich mache das jetzt mal um 10 runter. Die Sache ist, ich habe den Stream so leise. Ich höre kaum das Geballer, aber ich höre mich und dich. Ich habe allerdings auch Headset auf. Ich habe auch mal wieder so eine andere Sache. Alice 1-3-0, kommen. Schön, Sie zu hören, Alice. Wie sind Sie rausgekommen? Mit freundlicher Unterstützung eines Feindfahrzeugs. Ich habe einige unserer Leute gerettet und warte auf Abholung. Isabel hat ihre Position und schickt ihnen Pelicans. Sie hat auch feindliche Funksprüche abgefangen. Die Verbanden stürmen auf ihre Position zu. Wir halten die Stellung, bis sie kommen, Sir. Für eine Basis ist es da zu heiß, aber die Spirit of Fire steht zur Unterstützung bereit. Danke. Wir kommen zurecht. Alice, Ende. Alice, die Geschütze stehen bereit, um die Verteidigung zu verstärken. Alice, los ist aus. Die Scheide liegt nicht aus. Machtraum errichtet. Du, auf der Kuh ist es nicht errichtet. Ich sehe, dass Sie nicht los aus. Die Tore sind nicht los. Alice, los ist aus. So, äh... Nee, das wollte ich gar nicht. Jetzt heißt das Basis erobern, oder wie? Okay. Ich weiß es gar nicht. Warte, warte. Warte. Komm. Komm. Es ist sehr schön gut gezeigt, wie auf der Mini Metro die von herkommt. Ja. So, hier können wir... Ach, da, hier können wir noch. Ich kann jederzeit losgehen. Jawohl. Oh, 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 Jäger kommen. Ja, Jäger sind schon was Fieses. Ja, aber, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren die Jäger aus Hellowars 1 gut gegen Fahrzeuge. Das ist ja nur ein Strategie-Spiel, da hat man ja immer das Schere-Stein-Prinzip. Ja. Aber das sieht man hier auch. Ja. Die Jäger, die machen ziemlichen Schaden gegen die Warthogs. Ja. Ich glaube, dafür waren die halt auch gedacht. So, einen haben wir verloren. Jetzt kommen wir von unten. Hm? Rücken auf. Bereit der Verrüstung. Die Tanks sind voll, kann losgehen. Kein Druck. Alles klar. Ja. Du kannst das. Geh' mit auf. Da ist einfach. Jawohl, ja. Hallo. Rücken auf. Rücken auf. Rücken auf. Rücken auf. Ja, die habe ich bei Halo 1 schon immer gehasst. Diese Viecher, die dieses Ding da geschossen haben. Weil da ist man nur mal sofort verreckt, wenn man getroffen wurde, ne? Oder zumindest Schild, warum er... Ich weiß gerade nicht, was so genau das ist, weil... Bei mir gab es gerade einen heftigen Stream-Lag. Da sind auf jeden Fall jetzt Rafe-Panzer. Die sind ja richtig, wenn ich hier bin, ich weiß, ich kann es nicht vertreten. Ich habe tatsächlich schon mal in Halo 1 geschafft, in dem ich gestorben bin, einen Rafe-Panzer zu töten. Also ich war an einer Banshee wurde getroffen, der Rafe-Panzer hat mich erwischt, die Banshee ist explodiert, ich bin halt mit hochgegangen und die kaputte Banshee ist so auf den Rafe-Panzer aufgeprallt, dass der Rafe mit kaputt gegangen ist. Wir sammeln hier ein bisschen Energie ein. Also so eine Überlebens-Pension ist ja auch immer ein bisschen anständiger, weil wir heute spielen. Jo, auf jeden Fall. Das stelle ich mir auf legendär richtig stressig vor. Das habe ich auch gerade gedacht. Das muss schon echt heftig sein. Aber wo kommen die denn jetzt? Mal gucken. Roger-Raketen, Lotus-Mine. Spartan, die Lotus-Minen sind bereit, um ihre Verteidigung zu unterstützen. Was sind Lotus-Minen? Mal gucken. Zack. Da geht sie down. Oh fuck, haben sie entdeckt. Also die Archer-Raketen waren halt ja Metallschlag, das hat man ja bei der Flucht-Mission gesehen. Dass die Lose stehen genau sind, weiß ich jetzt gar nicht. Und auf die Familien, wenn die rüberlaufen, explosieren die? Ja. Ja. Gepackt oder warum greifen die nicht an? Ich sehe es noch nicht, kann ihn gut angehen. Wenn dann die normale Version kommt, glaube ich, morgen erst, ne? Oder im Morgen? Übermorgen. Am 21. Ja, dann kommt wahrscheinlich auch erst der Day-Rawden-Patch, der solche Sachen fixt. Ja. Ja, auch der Multiplayer, der ist ziemlich ruckelig. Ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hattest. Vermutlich Netzcode für den. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber nee, das hätte ich gestern leider nicht mehr angekriegt. Die Reparatur-Drohnen der Spirit of Fire sind Online-Allice. Bum, 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 bum. Ja, cool. Oh. Bedfekt-Bruits mit Kämmer. Spirit of Fire, die greifen mit allem an, was sie haben. Isabel, Archer-Raketen sofort abfeuern. Das wird sie nicht aufhalten, Sir. Oh. Das war knapp. Wo geht es jetzt hin, Sir? Ich unterstelle Ihnen Ihren Einsatztrupp für weitere Überfallangriffe gegen die Verbanden. Wollen Sie den noch mehr einheizen? Ich könnte noch mehr vertragen. Nur eine Frage. Wer sind diese Verbanden? Ich lasse Isabel ein Informationspaket für Sie zusammenstellen. Freitmann's Heil. Freitmann's Heil. Okay. Oh, das war schon die Mission. Okay. Ihr habt mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. So, ich bin jetzt erst beim Abschluss der Mission. Ja. Ich war gerade so ruhig. Ich wollte das Ganze gerne noch mal eben zu Ende hören, weil ich fand das ja schon recht interessant. Also wir haben jetzt natürlich die Statistik wieder. Tja, da sind wir schon mega schlecht irgendwie. Egal. Wir machen mal weiter jetzt. Professor, wenn Sie den Kartografen erreicht haben, müssen Sie herausfinden, wofür Atriox ihn benutzt. Verstanden, Captain. Isabel hat mir alle Infos der UNSC über diese Gegend übertragen. Sieht aus, als müssten wir zum Kartenraum. Ich habe unterwegs Scans durchgeführt. Von der zentralen Kammer beim Kartenraum geht eine starke Energiesignatur aus. Ob sie von den Verbanden oder den Blutsvätern stammt, ist unklar. Seien Sie vorsichtig. Die Verbanden werden dort zahlreich vertreten sein. Und von den Wächterverteidigungen her zu schließen, werden Sie die auch am Hals haben. Erstere wird Jerome erledigen. Aber was die Wächter angeht, erinnern Sie sich an das Spezialprojekt, von dem die Rede war? Ich denke, es ist Zeit für einen Testlauf. Ist zwar nicht ganz fertig, aber ich werde es ausprobieren. Ich erwarte Ihre Meldung von unten. Viel Glück. Ja, beschützen Sie Enders gegen Blutsväterverteidigung auf dem Weg zum Kartenraum. Blutsväter, was sind denn Blutsväter, Cedric? Kannst du dazu etwas erzählen? Blutsväter sind eine Rasse, die die Halo-Ringe erschaffen hat. Und nicht nur die Halo-Ringe, sondern auch die Arche halt. Und auch viele andere Technologien. Okay. Aber die Lore von Halo geht ja sogar noch viel weiter. Die menschliche Rasse ist ja in Halo nicht mal auf der Erde heimatlich angesehen, sondern kommt auch aus dem All. Okay. Weil es gab wohl Menschen, die vor den Flood geflohen sind, dabei auf die Blutsväter getroffen sind. Und dadurch ist ein Drei-Fronten-Krieg ausgebrochen. Und die Blutsväter haben sich zum Schluss geopfert, um die Menschen am Leben zu lassen. Okay, weil die Menschen was Besonderes sind, oder? Ja, weil die Menschen einfach nur geflohen sind und sie einfach die Menschen abgeschlachtet haben, weil die in ihr Revier gekommen sind und dann irgendwann festgestellt haben, okay, die flüchten eigentlich nur, hätten wir vielleicht nicht tun sollen. Ja. So habe ich das rausverstanden aus Halo 4 und teilweise Halo 5. Also es war halt... Halo ist ja nicht so einfach zu verstehen, man muss das so oft durchspielen und alles lesen und alles wissen. Okay, das hast du natürlich gemacht, so fleißig wie du bist. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe alles davon und... Auch Kuscheltiere und Bettwäsche, mit der du nachher stehst? Ja, klar, klar, natürlich. So eine leuchtende Masterchef-Bettwäsche, weißt du? Ja, ja. Und dann das Visier leuchtet, aber so richtig hell dann. Ja. Dann brauche ich kein Nachtlicht. Und wenn du Bus fährst, hast du dann natürlich auch so einen Halo-Helm auf, ne? Ne, gleich die ganze Rüstung. Vielleicht die ganze Rüstung. Ich muss ja sicher sein. Macht Sinn. Okay, ja, dann wollen wir mal Enders beschützen gegen die Blutsfeder-Verteidigung und machen jetzt mal die Mission weiter. Cut ziehen. Da vorn. Dahin müssen wir. Kommen Sie. Klasse. Das war unser Weg rein. Spirit of Fire, wir haben ein Problem. Eine Art Energieschild blockiert den Weg zum Kartenraum. Können Sie es öffnen, Professor? Nun, wir sind am richtigen Ort. Die Energiesignaturen aus der zentralen Kammer müssen irgendwie mit diesem Schild verbunden sein. Spirit of Fire, das könnte dauern. Finden wir heraus, wie wir den Schild öffnen. Halt. Was war das für ein Geräusch? Banschies. Spirit of Fire, wir brauchen Wolverines. Stehen schon bereit, Jerome. Wolverines? Garage. Wolverines. Oh, Raketenabwehrfahrzeuge. Sehr schön. Achso. Ich kann doch auch ein Briefing. Ja. 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 Jawoll. So. Sammelpunkt festgelegt. Blah, 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 blah. Ups. Ich bin unterwegs. Alle Einheiten. Doch, der Welt schießt. Pull sie runter, Wall of Reeds. Unsere Basis wird angegriffen. Wir reagieren. Ist ja gut. Ist ja gut. Aller Einheiten. Aller Einheiten. So. Für Nachschub machen wir mal ein Upgrade. Die Waffenkammer bauen wir jetzt mal eben. Da gibt es bestimmt auch eben welche schönen Upgrades. Dann. Nachschub Modul Upgrade abgeschlossen. Geschütz errichtet. Waffenkammer errichtet. Logistik 1. Auf 15% schnellere Einheitenausbildung. Das klingt doch gar nicht schlecht. Jetzt beginnt der Strategie-Teil des Spiels, wa? Bitte? Jetzt beginnt der Strategie-Teil des Spiels. Jo. Wir heilen mal unsere Compañeros. Hm. Da war noch Energie-Dings vom Star. Dann upgraden wir das gleich nochmal. Geschütz errichtet. So. Alle Einheiten. Generator errichtet. Was ist sperren? Okay. Können wir das mal so. Okay. Generator Upgrade abgeschlossen. Da kann ich ja gerade auch nie so viel zu sagen. Nee. Nee. Das ist jetzt ja, wie du gerade schon sagtest, ähm. Ja. Basenausbau. Genau. Alle Einheiten. Das war, glaube ich, den ersten Teil. Das war tatsächlich auch gespielt. In der Mission, wo ich keinen Zeitdruck hatte. Erst mal die Basis komplett ausgebaut. Mich geschützt. Und danach einfach mit einer großen Armee einfach rübergebieten. Ja. Aber gut, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht so viel Zeit verlieren. Wir wollen ja was von der Story mitbekommen. Ja, natürlich. Ähm, dementsprechend, ich versuche mich zu beeilen. Aber wir haben gar keine Warthogs. Dann brauchen wir mal Warthogs, ne? Zack, zack. Dann brauchen wir drei Stück. Dann brauchen wir noch zwei Wolverines. Bestätigter Sichtkontakt zu Feinden. Komm. Lufteinheiten, Feuer noch nicht. Alle Einheiten. Abschluss meines Ziels bestätigt. Alle Einheiten. Ein paar Einheiten noch dazu. Sammelpunkt festgelegt. Ja, brauchen wir einfach mal Logistik 1 für 15% schneller. Wer weiß, wofür das gleich gut ist. Logistik Level 1 erforscht. So, dann warten wir noch auf die zwei Wolverines und dann preschen wir mal vor. Das klingt doch gut. Oder hier Granatenwurf für die normalen Einheiten. Ich glaube, das ist ganz gut. Wollen wir auch noch. Ja, dein geliebter Granatenwurf, ne? Der nicht wirklich funktioniert. Alle Einheiten. Feinde gesichtet. Schicke Koordinaten. Lufteinheiten, Feuer noch nicht. Alle Einheiten. Anführerfähigkeit bereit. So. Die Latsch jetzt einfach mal. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Bis auf ein Auto was brennt, aber... Das muss so, das muss so. Genau. Das war schon so am Werk. Das ist ein Feature. Das sah einfach cooler aus. Ja, genau. Luftleinheit, Feuer noch nicht. Wer lassen will nicht drauf? Warthog, bereit zum Loslegen. Professor, hier ist eine Art Blutsväterstruktur. Das ist die Steuerung für den Schild. Aber die Verbanden haben sie versiegelt. Ich würde den wissenschaftlichen Ansatz bevorzugen. Aber sie werden ihn wohl für eine Zwangsabschaltung zerstören müssen. Finden wir es heraus. Leute, Feuer frei auf den Schaltkreis. Haben Sie das gespürt, Professor? Der Kartograf schickt Wächter. So will er sich selbst schützen. Die Wächter sind zu stark. Verschwinden wir. Scheint so, als würden Sie jetzt nicht hierbleiben. Vorschläge, Professor? Wie steht es um unser Spezialprojekt, Isabel? Bist bereit, Professor? Sie sollten sich lieber an etwas festhalten. Die kommen mir doch bekannt vor aus dem ersten Teil, ne? Cedric? Diese Fische hier? Nein, ich sehe sie noch nicht, aber ich gehe mal davon aus. Ich bin jetzt Wächter. Ja, die Wächter. Was war das? Ein auf das Kommandosignal der Wächter ausgerichteter EMP. Klasse, Isabel. Gebiet gesichert. Zurück an die Arbeit. Abschluss meines Ziels bestätigt. Jerome, der Wächter kommt zurück. Ja. Ja, das war's. Haltet euch von den Wächtern fern. Unsere Waffen sind wirkungslos. Isabel, wir brauchen noch einen EMP, um sie zu vertreiben. Flugabwehr. Das bauen wir doch direkt mal. Flugabwehr. Zack. Tja, die Wächter, kann man weiter ranziehen? Schicke Dinger. Die MAB ist oder wer hier? Ne, die Wächter hier. Ja, wie gesagt, ich kann nicht mal zu viel. Ich hab grad nur gelesen, du sollst halt ein MAB EMP auf dich schicken. Okay. Das heißt, ich brauch diese Super-Waffen-Mieter, die vorhin auch alles, diese Artilleriepflege. Ab geht die Luzi! Mit qualmenden Reifen aller Einheiten. Lotus? Ne, was meinst du, was meinst du gerade? Äh, M, A, B, EMPs sollten das sein. Ah, da. Zack. Unsere Basis wird angegriffen. Alle Einheiten. So, geschafft. Wir haben den Energieschild zur zentralen Kammer geöffnet.